Hallo, hallo everybody, welcome to the Feel Good Podcast, solo. Hallo, hallo. Immer gut, wenn man anfängt und noch nicht weiss, wie man anfängt. Aber ich begrüsse alle liebe Menschen, die den Podcast hören. Den gibt es ja nur zum Hosen. Oder halt auf YouTube Standbild schauen und dazu hören. Das ist die einzige, so wie es aussieht, Solo-Folge von diesem Sommer, sofern man das nennen kann. Ich schaue jetzt gerade raus und es regnet. Und Spatzen haben Freude, aber dann ist es auch gut. Solo gibt es diesmal ein bisschen speziell. Ich werde nicht wirklich ein Feel Good erzählen. Vielleicht ganz ein ganz kurzes Golf. Momentan ist Golf gerade Feel Good, aber wie es so ist bei Golf, das kann sich in zwei Tagen wieder ändern. Aber diese Woche war ich ein paar Tage und habe mit einem Golflehrer meinen Schwung angeschaut. Es klingt alles so 80 Jahre alt, aber es ist so. Und das hat etwas gebracht. Und wenn es etwas bringt, hat mich auf einmal Freude. Und dann ist es viel gut. So ein bisschen draussen sein und eine schöne Landschaft. Und trotzdem das Gefühl hat, dass man sich körperlich noch betätigt hat. Das ist auf jeden Fall gut. Aber das ist eigentlich schon alles gesebzüglich Feel Good. Ich möchte noch kurz updaten. Es ist der 6. Juli. Es ist Mittag. Das heisst, heute so bespielt die Schweiz gegen England. Und ich habe gefunden, ich nehme diesen Port lieber auf, bevor sie gespielt haben. Weil egal, wie es auskommt, jetzt ist noch ein grosses Gefühl von Hoffnung und ein grosses Gefühl von, wir schaffen das. Und wenn es wirklich so kommt, umso geiler. Wenn nicht, palt ich lieber das Gefühl, weil gestern habe ich das bei Deutschland bis zur 119. Minute gehabt. Und dann ist der blöde Kopf bei gekommen. So, somit möchte ich nur kurz updaten. Das Jahr gibt es durchgehend Feel Good Podcast. Also den ganzen Sommer. Ein bisschen speziell. Wir werden so eine Art Summerserie machen. Und durchsenden. Ich weiss nicht, wie man es nennt. Wir droppen weiterhin jeden Freitag. Das heute ist eine Ausnahme, dass es Samstag ist. Wir droppen ab jetzt, dann jeden Freitag weiterhin folgen. Ich habe zwar Sommerpause bezüglich Auftritt, aber ich mache keine Sommerpause bezüglich Podcast. Und darum habe ich gefunden, ich nutze die einzige Solo-Folge von diesem Sommer, um ein bisschen rundum eure Nachrichten, Fragen, Anregungen, Kommentare etc. zu behandeln. Und zwar gibt es einerseits natürlich den Weg per Mail. Und es gibt ja auch die Möglichkeit auf Spotify. Es gibt die Möglichkeit per Apple Podcasts effektives Review. Ja, fünf Sternen ist natürlich am besten. Und etwas dazu schreiben. Und eine Nachricht habe ich sogar rausgeschrieben, also rausgeschrieben, rauskopiert aus Instagram. Ja, es gibt sogar noch Insta-DMs. Und ja, also alle eure Nachrichten habe ich hier tatsächlich mal redaktionell vorgeschafft und habe mir so zwei, drei rausgepickt, wo ich irgendwie noch schnell etwas dazu will sagen. Und ich habe gesagt, wir fangen doch mal an mit einer Insta-DM von einem netten Herr, der Pascal heisst. Der hat geschrieben, Hey Joel, ich schaue immer wieder mal die Feelgood-Podcast auf YouTube. Und das freut mich schon mal sehr. Ja, weil auf YouTube haben wir schon deutlich weniger Leute als Menschen, die hören. Und er hat wollen, sie es, klammern, professionelle Feedback geben. Das finde ich gut. Ich finde es cool mit der neuen Feelgood-Struktur, mit den neuen Feelgood-Moments. Das gibt einem ganz ein bisschen mehr Struktur. Ich finde es noch besser, wenn vor jedem Feelgood-Moment, das irgendwie optisch und akustisch zum Beispiel mit einem grossen animierten Logo über das ganze Bild signalisiert wird. Und das Ganze auf YouTube dann noch unterteilt in einzelne Segment. Das wäre ein riesen Mehrwert und würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Showcharakter und Professionalität geben. Da gebe ich dir absolut recht. Gebe ich dir absolut recht. Und jetzt kommt es, damit das ein bisschen professioneller könnte sein, müsste ich auch in irgendeiner Art und Weise mit dem Geld verdienen. Es ist immer noch ein sehr, sehr aufwendiges, zeitlich aufwendiges Hobby. Und für alle Beteiligten, da zähle ich natürlich den Christoph mit, da zähle ich aber auch noch andere Leute mit, die zum Teil helfen beim Booking, wie zum Beispiel der Luca. Und auch alle Gäste natürlich, die sich die Zeit nehmen. Wir alle haben nichts davon, ausser dass dann eben irgendeinem Audio- oder Video-File zu hören oder zu sehen ist. und ich bin ganz ehrlich, für das habe ich keine Zeit, sprich wollte ich keine Zeit haben. Das ist nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Und darum, wenn das jemand will machen, hey, meldet euch. Aber im Moment sehe ich das jetzt noch nicht als realistisch. Aber ich habe Freude ab der neuen Struktur. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch einiges rauszuholen von den Menschen, die zu Gast sind und bis jetzt macht es sehr Spass mit dieser neuen Struktur. Und dann schreibt er noch, ah und ja, würde alles nur noch halb so lang machen, unter 60 Minuten, weniger ist mehr, weil es zieht sich schon immer mega mit gewissen Sachen, die man gut weglassen kann. Viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, Pascal. Im letzten Punkt bin ich persönlich nicht in der Meinung, sonst hätte ich es schon lange so gemacht. Wäre ja dann auch wieder weniger Aufwand für mich, zeitlich, auch für den Christoph, auch für die Gäste. Aber ich bin immer so, ich peile immer so 90 Minuten an. Also ein gutes Fussballspiel, habe ich das Gefühl, ist für mich persönlich die ideale Länge. Und wenn ich so Zahlen nachschaue, in Statistiken, hören die Leute das eigentlich auch immer durch. Also die, die sich nach zwei Minuten entschieden haben, das wirklich zu hören, die ziehen ziemlich durch. Und darum lasse ich das jetzt mal so. Wenn jetzt auf einmal die Zahlen sich würden ändern, dann könnte man sich das nochmal überlegen. Aber im Moment sehe ich doch keinen Handlungsbedarf. Darum, vielen Dank, Pascal, für dein Feedback. Dann gehen wir doch mal weiter zu Spotify Comments. Da haben wir verschiedene wo man ja unter der einzelnen Folge kann kommentieren. Und zum Beispiel haben wir da zu der Folge von Tom Gisler haben wir folgende Feedbacks. Es schreibt, jetzt muss ich mal den KS raushängen. So, da habe ich kurz überlegen, was das heisst. KS ist natürlich klugscheisser. Kakaopflanzen werden nur von Moskitos bestäubt. Also ohne Moskitos keine Schokolade. Das ist, weil ich mich sehr über Moskitos aufgekriegt habe. Sprich immer noch. Sprich vor allem jetzt gerade nach dem Golfen. Ich habe so unglaublich fette Stich. Und habe gefunden, Moskitos sind ja für nichts. Und anscheinend sind sie doch für etwas. Darum mega toll. Ich esse nicht so viel Schokolade. Also wenn ich jetzt müsste entscheiden, keine Schokolade mehr, dafür keine Moskitos, Moskitos. Shit würde ich auf Schokolade verzichten. Also wirklich. Darum, ja, für mich immer noch nicht so ein Feig, den es unbedingt braucht. Aber ich verstehe es natürlich. Schokolade macht glücklich, alle essen Schokolade. Und ich sehr selten auch mal. Aber ich glaube, ich könnte besser ohne Schokolade leben. Dafür auch keine Moskitos. Und 116693010 hat geschrieben, ich möchte zum Triathlon-Witz gratulieren. Der ist wirklich gut gewesen und ich habe laut lachen müssen. Leider weiss ich gerade nicht mehr, was der Witz war. Ich gehe jetzt mal davon aus, er ist vom Gisler gesehen, weil mit Triathlon habe ich nicht viel am Hut. Falls er von mir gesehen war, würde ich das versuchen, rauszusuchen. Und dann würde ich das aber so fest in mein nächstes Programm tun. Weil wenn jemand beim Hören schon laut muss lachen, dann wird es live noch besser. So, gehen wir zum nächsten Comment. Das ist gesehen zu der Folge mit dem Cenk. Da hat ArcoGirl91 geschrieben, Cenk ist mit Abstand mein Lieblingsgast. Und das habe ich extra rausgenommen, weil die Summerserie, die wird mit dem Cenk sein. Es wird ein paar Folgen geben, wo Cenk und ich zusammen schwatzen, weil du hast auch einen von meinen Lieblingsgästen. habe auch gerade meine Top 5 erstellt. Erstens Vanlife mit meinem Schatz, klingt top. Zweitens schwimmen, bin ich so halb dabei. Drittens im Wald ausreiten, da laufe ich einfach. Viertens schreiben, das bin ich sehr dabei. Und fünftens Podcast hören, bin ich auch dabei. Also tolle Top 5, vielen Dank ArcoGirl91 und dann haben wir noch bei der Folge vom Reto haben wir noch einen Kommentar von Fabian. Der sagt, Megadev ist keine grosse Metalband. Also da muss ich dazu sagen, ich habe vor einem letzten Konzert von einer grossen Metalband geredet und ich habe nicht mehr gewusst, welche. Und dann habe ich mal Megadev als Beispiel genannt. Anscheinend ist das keine grosse Metalband. Du meinst Iron Maiden in Schweden im Ulewi Stadion, wo er 10 Minuten dort steht, circa, und Fans singen Blood Brothers oder kommt noch an. Ich habe tatsächlich nicht das gemeint, ich habe das dann aber extra geguckt, sehr, sehr geil, sondern ich habe noch mal kurz recherchiert, damit ich da auch wirklich korrekt sagen kann, was ich gemeint habe. Ich habe gemeint Slayer. Ja, Slayer ist, wie ich dann auch nachlesen konnte, zusammen mit Metallica, Megadev und Anthrax, die Big Four vom Trash Metal. Also ist trotzdem Megadev eine grosse Metal Band, anscheinend. Aber ich habe Slayer gemeint, die haben im 2019 in L.A. letzten Konzert im Forum gegeben und Sänger Tom Araya, der auch noch Bass spielt. Ich meinte, die Ahre war, die dort zerstört und mal die ganze Stimmung aufnimmt. Wir haben es davon gehabt, Ritter und ich, also eigentlich auf der Bühne, wenn man performt, kann man gar nicht so innehalten, sozusagen. Man ist im Performance Modus. Das heisst, man kann eigentlich gar nicht so fest geniessen, was man macht. Das muss man in irgendeiner Art und Weise nachträglich machen. Dann haben wir 5-Stan Review bekommen auf Apple Podcasts. Das freut mich auch immer sehr. In dem Fall freut mich nur ein Teil davon. jetzt ganz ehrlich sein. Obermuzi, wie sich die Person genannt hat, hat 5-Stan gegeben. Für das danke. Und ich gehe jetzt Stück für Stück den Kommentar durch. PS, sorry, aber dieser guten Rat ist so extrem primitiv. Bitte nicht mehr einladen. Da habe ich einen ganz pragmatischen Lösungsvorschlag. Wenn du schon weißt, dass der guten Rat so extrem primitiv ist, dann los einfach nicht die Folge. So einfach. Also ich werde den Vitri laden. Und jetzt geht es weiter. Achtung. Auch Ladari und dieser überdrehte ADHS Afrikaner. Was soll das? So und da verlierst mich nicht nur, da kriege ich sogar ein bisschen Wut auf dich. Weil schon nur der Fakt, dass du raus heben dass die Person, die du meinst, nämlich Charles Afrikaner ist, dass du musst den Kontinenten erwähnen, zeigt mir schon deine Denkweise und abgesehen davon, dass es ein von meinen besten Freunden ist, ist er auch momentan wahnsinnig erfolgreich und ich würde ihn einladen, wenn es nicht wäre, aber was das soll, kann ich dir nicht einmal beantworten, weil das musst selber wissen. Ansonsten interessante Gäste weiter so, an dieser Stelle noch danke, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, so eine Person wie du, vielleicht losest gar keinen Erfolg mehr, für mich auch okay. Gehen wir zu den Mails, da haben wir gerne zwei gekriegt, einerseits von Isabel, natürlich Fan, ich würde sagen, fast erste Stunde und sehr, sehr involviert, darum vielen Dank schon mal für deine Nachricht. Lieber Joel, das neue Konzept für deine Podcast finde ich super, so lernt man immer wieder etwas Neues, auch von den Gästen, die bereits schon einmal zu Besuch waren, das finde ich genau, ich finde es eine tolle Idee, dass du uns in den Solo-Podcast an deinen Feelguts teilhaben lässt, dass wir die immer wieder mal machen, wie gesagt, in der nächsten Woche, Monat wird es kein Solo-Folg mehr gab, außer es passiert Episode Plans, aber das weiß mir halt nicht vorhat, und natürlich habe ich sehr viel Freude an all deinen Podcasts, ich deshalb hier auch von mir vielen herzlichen Dank für all die tollen Podcasts der letzten fünf Jahre, viele viele Dank, dass du dir los ist und widerlos ist. Im Alltag begleiten mich sogar Anekdoten aus deinen Podcasts. Ich habe schon öfters an deine Geschichte gedacht, dass es im Laufe des Lebens immer wieder Menschen gibt, die einen fördern und die Chance geben, seine Talente zu entwickeln und sich zu entfalten. Ich selbst bin immer wieder dankbar für all die Menschen, die an mich geglaubt und mir geholfen haben, diese Person zu werden, die ich jetzt bin. Das ist mega schön und das ist wirklich auch wichtig und ich habe mal eine Liste gemacht, habe ich sicher schon mal erzählt in einem Podcast, aber ich mal in einem Buch gemacht, mit allen Menschen, wenn ich in irgendeine Art und Weiss für etwas kann dankbar sein. Und wenn man das mal macht, vom ursprünglichen Gedanken, das wäre vielleicht 10 oder so, sind es bei mir dann um die 50 geworden. Und wenn man sich dann bewusst wird, hat man auch zu all diesen Menschen auf einmal wieder einen anderen Bezug und Zugang sozusagen und schätzt die Menschen auch. In diesem Zusammenhang denke ich dann auch an Dominic Deville, dem als Kindergarten Lehrperson nie bewusst war, welchen Einfluss er auf die Kinder hatte, die bei ihm waren. Wenn ich Eptinger Wasser sehe, muss ich unweigerlich an Matthias Gutenrath denken und wenn ich in einen Lift steige, an Gabriel Vetter. Wenn ich jemandem im Umfeld erzähle, das Humor Geschmackssache ist, denke ich an dich, denn man kann nicht sagen, ich mag keine Comedy, wie man auch nicht sagt, ich mag keine Musik, bei beiden muss man lediglich seinen Stil finden, den man gut findet. Das ist so, ja, ich bin ganz ehrlich, die Meinung hat es wahrscheinlich auch schon vor mir gegeben, aber ich kann dir jetzt in dem Moment nicht mehr sagen, von wem ich das mal spezifisch gehört hat. Die Liste ist endlos, ich könnte den ganzen Tag nur über deine Podcast erzählen und philosophieren, mit deinen Solos geht es mir genauso, ich habe in vielen Situationen an ein Bit oder einen Running Gag von dir gedacht, deine abendfüllende Programme sehe ich immer wieder gerne live, ich würde nie mehr darauf verzichten wollen. Das freut mich vor ganzem Herze. Ich wiederhole mich zwar immer wieder ein bisschen, aber ich bewundere wirklich sehr, dass du und die ganze Schweizer Comedy Szene macht, ohne euch würde der Humor aussterben. Es macht die Welt oder zumindest die Schweiz zu einem besseren Ort. Ich glaube, an dieser Stelle spreche ich für alle Mutzis, wenn ich sage, wie auch immer wir dich supporten können, auf uns kannst du zählen. Ganz herzliche Grüße Isabel, danke, 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 das freut mich wirklich sehr. Und das spüre ich auch, also merke ich wirklich die Menschen, bis vielleicht zwei, drei Einzelne haben so eine komische 5 Star Review gern, spüre ich sehr den Support und schätze ich wirklich sehr. PS, was ich noch kurz erwähnen wollte, dass du außer Atem warst nach Annahme deines Pakets, das ist die letzte Solor-Folge gesehen, hat nichts mit einer schlechten Kondition zu tun, sondern liegt wohl an der Tagesform, die dabei, die Sehfähigkeit kann übrigens auch Tagesform abhängig sein, hat mir mal ein Augenarzt erzählt. Das ist so, also ich bin auch jetzt schon fast ein bisschen aus dem Atem, weil ich mir nicht die Zeit nehme, mal in Ruhe durchzuschnaufen oder so, sondern ich probiere da schnell, 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 also nicht schnell, schnell, aber halt durchzuschwatzen und in einem normalen Podcast schwatzt ja auch zu einer anderen Person bei mir zum Teil gar nicht so viel vielleicht sehr viel und lange schwatze aber da ist natürlich noch mal etwas anderes weil ich schwatze am Stück und ich meine jetzt bin ich schon fast bei 20 Minuten und dann zu einem Ding und dann kommt ein Packchen und ja dort hätte ich wahrscheinlich noch eine Minute länger durchschnaufen bis ich wieder geschwatzt habe aber meine Kondition kann sicher noch etwas Vertrage an Verbesserung sozusagen und dann haben wir noch von der Laura wo auch sehr gerne schreibt auch viele herzlichen Dank nochmal eine Mail wo geschrieben hat hey Joel checke es gerade nicht so wie meinst du das dir Fragen schicken und dann würden sie behandelt werden dafür müsste man doch wissen wer als nächstes jeweils kommt oder nicht du hast das in Folge 169 mit Tom Giesel so schnell gesagt aber wie gemeint oder hast du wieder mehr Solos geplant ich habe es nicht spezifisch auf einzelne Folgen gemeint wo dann irgendwie Gast ist aber ich habe es mehr gemeint dass es immer noch möglich ist und wie zum Beispiel jetzt in dem Solo dass es behandelt wird also falls es die Meinung ist hier random Fragen an dich und deiner gegenübersitzenden Person zu stellen das habe ich mir so gar noch nicht überlegt aber das finde ich gar nicht so schlechte Idee wenn jemand Lust hat von wann auch immer zum Beispiel jetzt wüsstet ihr schon in der nächsten Folge wird der Cenk sein aber danach so allgemeine Fragen kann man natürlich auch den jeweiligen Gast die jeweilige Gästin stellen da ist jetzt die Frage von Laura ist dein Beruf Teil deiner Identität oder verleitet dich deine Identität zu deiner Berufung das ist ja schon fast philosophisch und ich persönlich muss sagen für mich ist es ein grosser Teil meiner Identität und die hat wahrscheinlich auch zu dieser Berufung geführt also bei mir ist das sehr sehr nach beieinander dass schon als kleines Kind in irgendeine Art und Weise das Gen vom Unterhalter dort habe ich noch nicht mal gewusst was ein Stand-Up Comedian ist aber vom Komiker an sich sicher schon sehr ausgeprägt war und ich einfach wollte Leute zum Lachen bringen und wo ich das dann beruflich machen ist das auch sehr sehr fest meine Identität worden jetzt mittlerweile es klingt so als wäre ich schon sehr alt und sehr sehr weise das meine ich nicht so sondern einfach in dem jetzigen Punkt von meinem Leben wo ich bin nachdem ich jetzt zwölf Jahre schon Stand-Up Comedy mache Patrizia glaube Jesus merke ich dass es nicht nur meine Identität ist und ich glaube dass das auch wichtig ist weil was ich dann halt auch so ein bisschen gesehen habe bei einzelnen Leuten wo das nur zur Identität gemacht haben oder machen ab einem gewissen Alter wird es dann ein bisschen leben ja ich würde nicht mal sagen einsam sondern sehr eintönig ja weil das Leben besteht halt schon auch aus anderen Bereichen wo in irgendeiner Art und Weise Identität sich entfalten und ich glaube das ist auch ein normaler Werdegang wahrscheinlich auch in jedem Beruf dass man so am Anfang noch mehr das Gefühl hat man muss sich beweisen man will sich beweisen darum macht man es auch so fest zu der eigenen Identität und wenn man dann schon ein bisschen etwas erreicht hat in dem kann man das auch vielleicht ein bisschen loslassen und merken es gibt auch noch andere Bereiche im Leben wo es noch toll war wenn man in irgendeiner Art und Weise etwas macht sich weiterentwickelt etwas schafft und darum zum eher lang auf die Frage zu beantworten es ist sehr fest ein Teil meiner Identität es hat sehr fest dazu geführt dass das auch meine Berufung ist aber es ist nicht das Einzige im Leben so das also eure Kommentar Fragen und Nachrichten von den letzten paar Wochen die ich jetzt beantwortet habe schreibt gerne weiter wie gesagt Apple Podcast 5 Stern Review immer sehr gern fast immer sehr gern Spotify Kommentar YouTube kann man natürlich auch kommentieren und Podcast at Joel von Mützenbecher .ch auch an der Stelle falls das vor dem Match hört Hopp Schweiz falls das nach dem Match hört hey es ist so cool wie es hat miesen kommen und wünsche euch alles Liebe ab nächster Woche kommen wir zum folgen mit dem Cenk das war es von mir so ich muss jetzt ein bisschen schnaufen kriegen und ja macht's gut peace schnaufen schnaufen Bis zum nächsten Mal.